Der ehemalige US-Präsident Trump hat die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner angenommen. Bei seiner Rede auf dem Parteitag in Milwaukee gab er sich zunächst vermittelnd und erklärte, er wolle Präsident für ganz Amerika sein. Kurz danach griff Trump die Regierung von Präsident Biden wieder scharf an. Es war Trumps erste Rede, nachdem er fünf Tage zuvor knapp einem Mordanschlag entgangen war. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen oft sonnig oder nur leicht bewölkt im Westen und Süden, vor allem über dem Bergland. Örtlich Schauer oder Gewitter 24 bis 35 Grad.